UNTERTITELUNG Rechtsanwalt Leinen wird Fabrizio Coligno als Pflichtverteidiger beigeordnet. Haben Sie bei der Polizei schon ausgesagt? Du hast einen großen Auftritt vor dir. Nicht so weit treiben, da nicht. Immerhin hat er Hans Meyer umgebracht. Was? Ich bin in dieser Familie groß geworden. Hans Meyer war sowas wie ein Vater für mich. Ich verteidige den Mörder von Hansen. Du bist doch befangen. Kannst du jemanden nicht verteidigen? Ich habe die Pflichtverteidigung umgenommen. So einfach komme ich da nicht mehr raus. Ich würde Ihnen gerne ein Angebot machen. Bringen Sie Coligno dazu, dass er gesteht. Ihre neuen Erkenntnisse, Ihren Trumpf im Ärmel, lassen Sie ihn stecken. Herr Coligno, warum sagen Sie mir nicht einfach, was passiert ist? Ich bringe das morgen vor Gericht. Tu es nicht. Sie haben Angst, dass ich die Rolle nicht einnehme, das Sie für mich vorgesehen haben. Wollen Sie gleich in Ihrem ersten Prozess alle Regeln außer Kraft setzen? Ich weiss, vererbar. Sie haben Angst, dass ich die Rolle nicht erinnert. Ich weiss, vererbar. Ich weiss, vererbar.